Ich habe einen Space Mild mit Schweinenverletzungen auf meinem Schiff. Ich brauche sofort einen Magos Biologis. Ich befinde mich auf einem Spezialauftrag des Caligari-Conclavus. Ich muss darauf bestehen, Genetor. Lass mich nicht zweimal fragen. Okay, wo kann ich diesen Magos Biologis finden? Okay, Kontakt mit der Station verloren, wo er ist. Und danke für die Kooperation. Okay, Rally-Station Heiliger Abelard. Ihr müsst mir die Gründe für euren Besuch genauer erläutern. Brauchen wir es noch nicht? Ich habe vielleicht eine Unterstützung der M-Gesuch von mir nur dicht. Dem ist in der Tat so. Es gab eine Sicherheitslücke auf Station B, wo Subjekt Nummer 9 einer präventiven Amputation unterzogen wurde. Hinweis, Subjekt Nummer 9 ist ein Agent, der mit einem Splitter einer unbekannten Substanz, die in seinem Fleisch vergraben war, zurückgekehrt war. Eine Kraftwelle trennte alle Verbindungen, während die Sensoren der Abwesenheit die Anwesenheit von Warp-Wesen anzeigten. Das Gebiet ist seitdem abgeriegelt. Ich werde mich darum kümmern. Lasst euren Tech-Priester zum Hochladen des detaillierten Datenblatts auf mein Schiff bereitstehen. Okay, dann wollen wir uns das mal anschauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wie kann Kaios Horn denn mit uns sprechen? Das ist ein bisschen wiert. Okay, wir gehen da mal lang. Ich will alle Punkte haben. Okay, 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 okay. Na dann. Exterminiert alle Feinde. Das machen wir natürlich. Hallöchen, Popöchen. So, lade nach. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Wir gehen mal hier weiter. Ciao. So. Oh, hei, hei, hei. Na, du nicht. Ciao. Ciao. Na, endlich. Hei, hei, hei. Okay, weiter geht's. Was war da hinten noch? War da was? Nein. Okay, da sind auch noch Feinde, aber da gehen wir erstmal nicht hin. Wir gehen jetzt mal hier lang. Hier, gucke mal. Medizinischer Nachschub und Nachschub. Nice. So, da könnten wir auch noch rein. Gehen das mal hier hin. Nice. Wow. Eieieiei. Okay. Wow. Ja, hast du auch nötig, mein kleiner Kollege hier. Zehn Kredits. Okay, digitale Waffen haben wir gekriegt. So, warte mal, wir gehen mal da rein. Hier sind noch. Sehr geil. Okay. Das haben wir auch. Gehen wir da mal weiter. Okay. Okay. Hey, hey, hey. Oh, das tat weh. Chaos Marines. Ja, sehr geil. Nice. Oh, Alter. Den haben wir aber auch weggelutscht, ne? Wer ist da noch? Ja, ein bisschen Kanonenfutter. So, alles. Ja. Das war's. Boah, beim letzten natürlich wieder nicht. Nice. Weggenatzt haben meine. Ja, sehr geil. Genau so will ich das haben. Okay. Dann wollen wir mal weitersuchen nach den Feinden. Da sind wieder welche. Sehr geil. Nein, das war jetzt nicht so cool. Komm schon. Nice. Jawohl, so will ich das haben. Okay. Perseverance. Okay, weiter geht's. Nice. Weggenudelt. Hä? Alter. Auf dem Scheiß. Oh. Ei, 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 ei. Brandschaden. So ein Kack. Okay, Heilung, Heilung, Heilung. Ich brauche. Okay. Ich brauche schon, lad nach. Sehr geil. Hey, hey, hey Okay Dann haben wir alle weggelutscht Können wir hier raus gleich oder wie sieht das aus Ah, hier ist noch eine Truhe, oder sowas Ja, sehr cool Alter What Alter, willst du mich verarschen? Was denn das? So, wollen wir uns nochmal heilen? Schau Meine Güte Okay, der hat uns böse weggenudelt hier Dann land das mal nach Ich muss ja mal gucken, wo wir jetzt hin müssen Da kommen wir Naja, zur Not einfach den Pfeilen folgen Hier können wir nichts machen Können wir da raus Und auf geht's Alles Was ist das? Ich hab das mal Geizt 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 Da können wir auch nicht raus, was ist hier los? Hä, Alter, wo geht es hier raus? Hä, verstehe ich nicht, normalerweise ist es doch immer, dass das dann automatisch wieder zurückgeht oder nicht. RELOADING! Wieso kann ich jetzt nicht raus? Was? Nein! Ganz ehrlich bin ich gerade überfordert. Wieso kann ich denn hier nicht mal raus? Von hier sind wir ja gestartet, ne? Boah, kann ich alles rausschneiden hier? So was nervt mich richtig. Oder muss ich das einfach so verlassen? Echt jetzt? Alter, okay, dann... Ja, das... Wusste ich jetzt nicht, aber na gut. Gut, aber wir haben Schleifer gekriegt. Was auch immer das ist. Neue Stufe. Granatwerfer. Abgang zu... Unter 50. Ein bisschen halbiert. Okay, nice. Gut, meine Freunde. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.